So Freunde, heute ist Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch der 15. glaube ich, ja, 15. Ich bin jetzt wieder auf der Reise, schaut mal da oben, der Himmel. Ich habe euch gesagt, schaut euch den Himmel an, die nächsten Tage, die nächsten Wochen und so. Seht ihr was? Quellwolken, original Quellwolken, natürlich, natürliche Wolken. Ja, rundherum. Kein Liege beim Streifen oder hier wird etwas. Ja, es tut sich so viel, es ist auf der sogenannten Erde wunderbar, wunderbar. Das meiste im Hintergrund, das Gute, das Gute im Hintergrund. Und es geht Schritt für Schritt und schneller und schneller in die richtige Richtung. Wie kann man beitragen? Wie kann man beitragen? Jetzt nur meine Sicht, nur meine Gewissheit, Freunde, nur meine Gewissheit. indem man jetzt hergeht und sich seine optimalste Zukunft für sich, für seine Kinder, für seine Enkel, für die Erde, für die Lebewesen und einfach hergeht und in die Zukunft projiziert. Er schafft. Er schafft. Er schafft. Er schafft. Wie hätte ich es gerne? Nicht, ich hätte es gerne, sondern so ist es. So ist es. Und zwar deine Kreation. Und ich bin mir zu 100 Prozent sicher, oder sagen wir 99 Prozent, dass wir da vorne dann eine Situation haben werden, die sowas von Einfachheit geprägt ist. Und schon. Ach ihr wisst was ich meine. Wunderbar. Und jetzt gehe ich was einkaufen. Ich werde heute hier noch übernachten. Ein wunderbares Platz da hinten. Und dann geht es morgen Richtung Paladon weiter. Da bin ich wieder bei dieser deutsch-österreichisch-schweiz Gruppe. Und da werde ich wieder was zeigen. Baba. Hupe.